Kämpfen sie sich zur Börse vor. Ich dachte, wir sind schon in der Börse. Oh, das war nix. Bam. So, wo sollen wir hin? Ein XM25 oder so. Ich habe, glaube ich, da vorne, oder? So, machen wir das Visier wieder drauf. So, das war's. Ah, ja, die Jungs laufen weiter. Oh, oh. Ach, von da, okay. Okay. Ah, so, das ist die Waffe. Ich habe es gedacht, hier, der Panzer... ...bämm. So ein Ars-Granatenwerfer, oder? Ja, das macht ihm nicht mal was. Jetzt aber. Boah. Bam. So, du noch. Oh, beilade. Äh, Entschuldigung. Das ist ja von uns. Und hinein in das gute Haus. Munition. So, aber jetzt sind wir in der Börse. Sieht ja aus wie... Bei Mono-Woff-Fair-1 Broadcast. So, klick. Ja, Eliminato hier. Ja, von jeder Seite kommen sie jetzt. So, hallo. Gibt's bei dir was? Eine Kugel in den Kopf. Ja, dann halt jetzt. Hallo. Ducken hier nicht möglich. Ja. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Bam. So, ja. Natürlich ist die falsche Seite. Klettern sie hier leider zum Dach auf. Ja. Immer weiter. Das Stöße-Film befindet sich ganz oben. Ja. So, der lebt auch noch. Ja. 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 Ja, ich zieh. Das Stöße-Film befindet sich ganz oben. Ja, das ist mit Deckung hier. So. So, in Deckung. Bam. So. Sind die Stöße-Film befindet sich ganz oben. Ja. Sag nochmal aktiv. Hört mich jemand? Hört mich jemand? Verstanden. So. 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 0-4, erbitten Angriff auf Angriffspunkt 4911. Bestätigung, empfangen laut und deutlich. Verstanden, 0-1. Alle Systeme funktionsfähig. Wir schicken einen Blackhorn zur Infaktion. Ankunft in drei Minuten. Verstanden. Wir warten. Ein Schönen Drack! Überwachung wieder online. Sehen mehrere Feinde auf den Dächern in ihrem Bereich. Sie haben das Kommando über einen Predator. Frost, stell eine Verbindung mit dem Predator her und versag uns zwei! Yeah, einen Predator! So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja! So, Heli! Wo ist er denn? Ach, da! Bam! Tschüssi! Der Heinz raucht. Der Heinz ist abgeschmiert. Da kommt unsere Evakuierung! Gehen wir! So, und gleich hat es sein Gehen. Wir steigen auf! Mehrere Ziele, unteres Dach! Frost, eliminieren! Metal-01, bereithalten für neue Missionsbefehle, over! Verstanden, Overlord, her damit! Wir haben mehrere russische Kriegschiffe in unseren Hälften. Ein Zielteam greift das Kommandoschiff an. Unterstützen Sie es im Hafen von New York. Habe verstanden! Metal-01, Vorsicht! Wir sehen mehrere feindliche Helikopter in ihrem Luftraum. Feindlicher Flieger! Ja, ich bin mit einem MG auf das Ding und was. Bleiben bleiben! Drei und bleiben! Frost, krieg den russischen Heli ab! Ja, bleibt doch stehen! Hier nach hier rechts unten! Noch zwei! Noch zwei! Stehen unter schwerer Beschuss! Standausweich mal über! Feindlicher Heli abgeschossen! Hö, irgendwie habe ich ihn abgeschossen. Ach! Das Haus wieder rein! Gerade in den Halbdickung. Okay. Oh, halt doch mal den Vogel still. Ja, wenn du stillhalten würdest. Bäm! Nein! Hier runter! Nicht zu uns! Ja! So, und weiter geht's. Der Moment ist okay. Heckrotor aktiv. Hydraulik dicht. Höhen- und Neigungssteuer okay. Treibstoff 70 Prozent. Overlaut hier, 0-1. Sind unterwegs zum Haft. Over! Verstanden, 0-1. Der Himmel ist frei. Viel Glück. Ende. Zu groß zum Fassaden. Hier Lightning-3-1. Zielsysteme wieder online. Stehen mit einer vollen Ladung J-Dams bereit. Warten auf Feuerbefehl. Lightning-3-1. Sie haben Feuerfreigabe. Unterschreiten sichere Höhe. Einschlag in fünf Sekunden. Waffen gefeuert. Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Unterseeboot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Seals zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch? In Position. Mini-U-Boat Team 4, hier Metal 01. Führe Funküberprüfung durch. Over. Roger 01, hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Wir haben die Freigabe erhalten. Noch eine Minute. Behalt euch. Wir wollen hier nicht den ganzen Tag verbringen. Ja, fangt die Party nicht ohne uns an. Sind fast durch. Blub, 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 blub. Primärer Einschließpunkt ist offen. Aufpassen. Man wird da unten leicht getrennt. So, und können wir diesmal ja auch selber steuern oder nicht? Cool, okay. Man darfst doch auch selber steuern. Nicht so wie bei MB2. Wir können jetzt nichts für Sie tun. 295 Grad halten. 300 Meter bis zum Treffpunkt. Metal 01, hören wir euch auf dem Schauen. Verstanden. Lernen uns Treffpunkt. Das Fehlteam sollte da vorne sein. Ich sehe Sie. Ja. Das U-Bahn bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden. Wir folgen. Schön träge, das Teil. Jetzt gehen wir weiter runter. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Ja, toll. Mit dem trägen Ding da. Augen auf das Sonar. Mine. Ruhig halten. So, keine Mine. Das war eine Leiche. Wow. Hahaha. Okay. Rechts. Rechts. Die Mine ist links, aber egal. Wow. Was ist das? Oh je. Ein amerikanisches U-Bahn. So. Frost. Bewegung. Jo. Ähm. Unten durch. Oder oben durch. Ach, unten. Noch eine Mine. Sicher. Wann sagt der Bewegung, wenn der Typ hinter mir ist? Schnell. Ja. Hallo, warum komme ich nicht weiter? Ja. Okay. Wo? Oh. Frost. Bewegung. Ich kann ja nicht weiter. Was war denn der Scheiß? Wo? Oh. Man kann sich auch blöd anstellen, aber. Schnell. Ja, toll. Ich konnte mich nicht richtig nach rechts, links bewegen und vorne ging um die auch nicht. Verstanden. Wir folgen. Oh. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Frost. Augen auf das Sonar. Mine. Rutsch halten. Rechts. Rechts. Oder müssten wir da einen unter dem Rohr durch? Ist ja aber eigentlich auch Schwachsinn, oder? Okay, unten rum komme ich ohne Probleme, aber oben rum nicht. Und ganz schön, wir werden dann darüber nachbelten. Wenn man war das so weit draufسpaus, wäre es echt gekommen. Und da kommen alles zu dieser Reise auch dassel und nochmal warm Perfect. Vielen Dank.